Norddeutscher Rundfunk 2021 Wenn du fünf machst, was ist dann? Leute, wir stehen immer so dran mit den Beinen jetzt, weil Karol uns immer versucht zu tunneln. Bei Mikael hat es schon klappt im ersten Teil. Wir sind beim zweiten Teil heute wieder mit dir. Cool, dass du dabei bist. Wir haben wieder eine zweite Challenge für dich. Ja, er probiert schon wieder. Du machst ja Tore mit rechts, mit links, wie es gerade kommt. Die zweite Challenge ist jetzt fünf Ball. Wir haben fünf verschiedene Positionen, wo du Tore machen musst. Karol ist wieder im Tor. Und wer soll anfangen? Ich, bitte. Okay, er fängt an. Los geht's. Oh, warte, weg gehen wir richtig. Mit rechts. Schön, Karol. Oh, gibt's nicht. Nicht schlecht. Oh, 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 oh. Oh, Junge. Was ist denn jetzt los? Okay, jetzt nur eins gegen eins? Das war nur wegen dem Abfall von mir. Ja, okay. Jetzt auch. Hat er jetzt alle gemacht, oder was? Es waren fünf Tore. Pff. Vier. Vier. Er denkt nicht so, eins gegen eins. Mach ich nicht. Ich leg den Ball einfach vorbei. Aber was war das für eine Runde, hey? Karol steht schon 4-0. Wenn du fünf machst, was ist dann? Ziehst du meine Schuhe und gib dir das jetzt. Okay. Guck mal, Fabi. Er sitzt nicht schon hin. Er zeigt dir, du bist kein Gegner mehr. Ich muss halt noch zwei mit links. Das zeige ich dir, Fabi. Komm, Junge. Oh mein Gott. Ich hole dann den. Jetzt sieht man, dass ich rechtslos bin. Komm, zur Ruhe. Ja. Wie schön der ist. Ah, okay. Eins gegen eins. Schießt er noch ein Tor heute? Jetzt. Das hat mich fast umgefahren, hey. Kreuzbundriss. Kreuzbundriss. Oh nein. Gibt's nicht. Was war das für ein dummes Tor? Ah, Text 1. Ich bin nicht geschlagen. Guck mal. Dieser Elfer ist psychisch gesehen sehr wichtig. Fertig. Er hat er. Er hat extra schlecht geworfen. Also gut gebraucht. Letzter. Eins gegen eins. Oh, 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 oh. Ja, oh nein. Fabi, komm bitte nach vorne. Sieben in eins. Respekt. Fabi, komm. Wird das ein Charby werden? Was? Guck mal, der ist, der ist nervenschwach. Ja, okay. Ishak auf jeden Fall, guter Mann. Ist vorne. Ich muss mich ein bisschen anstrengen. Wenn ihr einen Lieblingsspieler habt, den ihr gerne sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wir schauen mal, ob wir den holen können. Und ich schieße jetzt den Ball Carol ins Tor. Oh. Verzahlt das mir halt. Nervenstark. Ja, aber nix. Eins gegen eins. Mikkel, 6-3. 6-7-3. Ja, ich bin sehr zufrieden. Verschuldigung. Ja, der erste. Oh. Schade. Schade. Zwei. Ah. Crossbar. Ist doch passiert. Nee. Wieder Crossbar. Warum haben wir nicht Crossbar-Channel gespielt? Schade. Leute, die Kickbox aus acht Metern ist zu einfach für die Profis vielleicht. Jetzt machen wir es mit 15 Metern. Mal schauen, ob sie da was treffen. Ist auf jeden Fall schwierig. Mika Ishak. Du darfst. Nein. Zehn Versuche hast du. Versuch Nummer zwei. Nummer drei. Schade. Versuch vier. Oh. Versuch fünf. Schade. Ich hab das bald. Nummer sechs. Oh. Nummer sieben. Oh, wow, wow. Gibt's gar nicht. So nah dran war noch keiner. Nummer acht. Nummer neun. Zwei Hasch noch. Nee. Kein letzter Versuch. Leider nein. Vielleicht doch zu schwierig. So Leute, ihr seht, wir sind K.O. Wir liegen auf dem Boden. Können nicht nur. Mika, was steht bei dir jetzt an? Gehst du gleich ins Bett? Ja, ich geh jetzt pennen. Nach der ersten Einhalt bin ich kaputt. Genau. Training und danach Kickbox. Macht auf jeden Fall die Profis fertig. Danke, dass ihr zugesehen habt. Abonniert gerne die Kickbox hier auf YouTube, auf Instagram. Du kannst gerne deinen Instagram-Account noch sagen. Mika Ishak. Genau. Das war's für uns. Danke auch an Karol. Wir sind raus bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich kann auch laufen. Guck mal. Uah.